Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen super cremig, fresh, geilen Tag. Ich hoffe, dass ihr auch genau diesen gehabt habt. Über meine Frisur kommen wir streiten, über die neue Season, die jetzt da ist, allerdings nicht. Wobei, eigentlich könnte man auch darüber streiten. Ich denke mal, ihr habt hier und da schon Informationen dazu bekommen. Ich werde euch in diesem Video aber nochmal sagen, wann kommt das System, wie funktioniert das System, kann das System-Map-Usen und noch ein paar Tipps für den Placements, die jetzt ab heute spielbar sind. Fangen wir ganz einfach vorne an und zwar mit dem Position Ranks. Position Ranks, habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Man kann jetzt für jede Elo, beziehungsweise für jede Rolle eine eigene Elo haben. Das heißt, hier zum Beispiel Bronze-Top-Laner, man kennt Silber-Jungle, Gold, Platin, Support und Diamond-Article. Das ist natürlich sinnvoll, denn wenn wir mal mich nehmen, ich bin Diamond-Mid-Laner und wenn ich jetzt Article spiele, würde ich nicht wie Diamond spielen, sondern wie so ein Gold-Lord oder sowas in der Richtung. Und dafür wäre das zum Beispiel, hey, Mid-Lan-Diamond, Articary-Gold. Im Prinzip wird das Ganze so funktionieren, dass wenn ihr als Mid-Laner queet und ein Game gewinnt, bekommt ihr Punkte für eure Mid-Lane. Allerdings ist das nicht alles, denn ihr bekommt, sagen wir, 20 Punkte für Mid-Lane, bekommt aber auch für jede andere Lane ebenfalls Punkte. Das heißt, ihr bekommt hier vielleicht für den Jungle 3 oder 6 oder irgendwie sowas, bekommt hier nochmal 4 und da auch 2 und hier auch 5 oder so. Warum ist das so? Die Argumentation ist folgende und das macht auch definitiv Sinn, dass wenn du besser in League wirst, zum Beispiel sagen wir so, wieder ich als Beispiel. Ich bin Diamond-Mid-Laner geworden und dadurch ist mein Artic... Fangen wir andersrum an. Ich war Gold damals. Ich war Gold-Mid-Laner und mein Articary war Bronze. So, in der Zeit bin ich aber nach Diamond-Mid-Lane geklimmt, irgendwann mal. Und mein Articary ist trotzdem besser geworden, obwohl ich Articary gar nicht gespielt habe. Warum? Weil ich besser weiß, wie man gegen gewisse Matchups vorgeht, weil ich weiß, welche Items man kauft, weil ich weiß, wie man Objectives pusht, weil ich weiß, wie man farmt, weil ich weiß, wie die Map-Awareness genutzt wird, weil ich weiß, dass man Pinkboards kaufen sollte und die dann bei Minute 30 wieder verkaufen sollte. So Sachen, die halt dich allgemein besser machen, obwohl du nicht Articary spielst und deswegen wird man auf jede Rolle immer zusätzliche Punkte bekommen. Jetzt wird es natürlich etwas knifflig und da ist Rito gerade dran. Vielleicht könnt ihr das dann irgendwann abusen, aber da sage ich nachher sowieso nochmal was zu. Denn der Punkt ist, nehmen wir an, ihr seid Diamond-Mid-Laner und Silber... Ich weiß gar nicht, ob man Silber sein könnte oder ob die Punkte, die man währenddessen kriegt, so hoch sind, dass man auch auf Gold kommt. Aber nehmen wir an, ich bin Silber-Articary. Was passiert denn jetzt, wenn ich Autofilled werde als Articary? Also alles andere, ich sage hier, ich bin Midlane-Diamond, da bin ich Platin, da bin ich Platin, da bin ich Platin, Articary bin ich der Schlechteste, da bin ich Autofilled-Silber. Dann werde ich Autofilled als Silber und sage, okay, ich switche zur Midlane. Ich tausche mit meinem Midlaner, weil ich werde dann ja auch in Silber-Elo gecued, weil ich werde auch in die Elo gecued, wo ich dann natürlich bin. Wenn ich Autofilled-Articary-Silber bin, habe ich nur noch Silber, Leute. Tauschen in der Mitte und auf einmal bin ich der Diamond-Boy in dem Silber-Game. Das ist die Theorie. Praxis ist allerdings, dass das nicht funktionieren wird, beziehungsweise es wird am Anfang schon funktionieren, eine Weile. Aber wenn Riot, und die sind da gerade wirklich am entwickeln, so ein System, auffällt, dass wirklich sehr, sehr viele Leute, dass man überdimensional oft seine Position wegswappt, dann ist es nämlich auch so, dass ihr Punkte, dass ihr dann weniger Punkte auf eurer Lane bekommt. Also ihr bekommt, weil ihr einen Silber-Boy gekillt habt, weniger Punkte und verliert deutlich mehr Punkte, falls ihr verlieren solltet. Das ist also, da wird auf jeden Fall noch dran rumgetüftelt und rumgefummelt, wie das Ganze noch funktionieren soll. Das traurige hier drei ist, hier drei, hierbei ist jetzt allerdings, dieses System wird aktuell, erstmal, hier steht es, nur in Nordkorea, oder in Korea, in Nordkorea, nur in Korea und Nordamerika getestet. Das bedeutet, es wird diese Season, beziehungsweise den ersten Split, ja Achtung Split, für uns gar nicht vorhanden sein. Ja, das ist natürlich jetzt traurig, jetzt habe ich es erklärt, aber es ist quasi nur für, außer geht natürlich auf Nordamerika oder so. Bei uns wird es nämlich so sein, wir werden die ganz normalen Placements haben, wir werden diese funktionieren, diese funktionieren. Ja, ihr spielt, ihr bekommt direkt nach dem ersten Game einen Rang, ja, das heißt, sagen wir zum Beispiel Bronze 1, und jedes Game, was ihr gewinnt, bekommt ihr so, also, keine Ahnung, richtig viele Punkte dazu. Teilweise geht ihr direkt einen Win auf Bronze 3, dann Bronze 2, dann Bronze 1, oder was weiß ich. Also, ihr bekommt jedes Game Punkt dazu und verliert keine, ihr könnt keine Punkte verlieren. Das heißt, ihr könnt nur Climpen und nicht nach unten Climpen, aber natürlich ist es trotzdem wichtig, weil, wer will schon in Bronze 4 starten, wenn man auch in Eisen 4 starten kann. Nein, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, zu den Placements, das ist natürlich immer ganz schwierig, aber bevor wir dazu kommen, Split Rewards. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Splits, es wird jetzt Splits geben, und zwar, sind das immer drei Monate, Januar, Februar, März, April, oder vier? Vier sogar? Ne, vier würde ja nicht Sinn machen, weil da ist ja irgendwann die Pre-Season. Ja, es wird drei Splits auf jeden Fall geben, also Frühling, Sommer und dann Herbst oder sowas. Und in diesen Splits werdet ihr auch Punkte sammeln können, und zwar sind das nämlich die neuen Rank-Punkte oder auch Split-Points. Die sind, ja, interessant, und die sollen euch nämlich motivieren, dass selbst wenn ihr in Silber seid, ein Win euch mehr bringt als nur LP. Denn ich würde euch gerne zeigen, allerdings sind sie aktuell bei uns auf dem Server nicht, also gehe ich davon aus, dass sie auch zusammen mit dem System hier in Nordkorea, in Korea und Nordamerika kommen werden. Diese Split-Punkte sind dafür da, dass ihr bekommt quasi nach jedem Game einen Punkt oder zehn Punkte. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr, glaube ich, mehr. Und ihr könnt dadurch eure Armor upgraden. Das heißt, hier sieht man das auch so ein bisschen, das hier ist eure normale Armor. Und wenn ihr genügend Punkte gesammelt habt, ich glaube, 500 sind es, dann bekommt ihr diese Flügel. Ich weiß nicht, ob das hier auch dazu gehört. Ich glaube auch, diese Teile kommen dann außen mit dran, sodass eure Armor ein bisschen krasser aussieht. Das hier ist sie, glaube ich, quasi. Das heißt, ihr könnt die ebenfalls mit upgraden. Außerdem bekommt ihr, glaube ich, ebenfalls ein Ward und sogar ein Emote. Das sind alle Sachen, die ihr freischalten könnt mit den Punkten. Das heißt, erst bekommt ihr den Ward, dann Emote und dann irgendwie, also ich glaube sogar ein Emote, was eure Elo widerspiegeln soll. Und dann halt das Ranked Armor Upgrade. Ist, glaube ich, was ganz Nettes, weil so kriegt man trotzdem was, selbst wenn man gerade aktuell nicht aktiv climbt. Ja, du gewinnst, verlierst, gewinnst, verlierst, gewinnst, verlierst und kriegst trotzdem immerhin weiterhin diese Punkte. Das ist vielleicht so ein kleiner, ja, so ein kleiner, ja, Motivationsschub. Diese Split-Punkte werden übrigens für jeden Split dann resettet und ihr bekommt dann zwischen den Splits, beziehungsweise danach auch zusätzliche Rewards, ja. Multiply Splits, increase your Rewards, ja. Das heißt, wenn ihr viele Splits gespielt habt, bekommt ihr wahrscheinlich ganz am Ende der Season nochmal zusätzliche Belohnung, irgendwie sowas. Also das ist eigentlich was, was belohnt, wenn ihr wirklich ein bisschen zockt, ne. Ansonsten, ja, die Placements stehen vor der Tür. Ich bin mir übelst noch unsicher, ob ich meine schon spielen möchte. Denn, ja, es ist jedes Season, ja, dasselbe Problem. Erstmal kommt der neue Champ raus und das ist natürlich das Problem, denn der neue Champ, also der ist grundsätzlich erstmal einfach zu spielen, wird entweder komplett broken sein, sodass, wenn er gegen euch spielt, ein bisschen unfair ist. Oder er wird komplett kacke sein und eure Teammates spielen ihn. Oder er ist gut und eure Teammates spielen ihn first time und kacken damit rein. Das ist schon mal so ein nicht so geiler Punkt, der in den Placements sein könnte. Noch ist er ja nicht da, aber wird wohl bald sein. Außerdem, ja, grundsätzlich, Leute, Placements. Spielt die am besten im Duo-Cue. Wartet, bis euer Kumpel da ist, spielt sie im Duo-Cue runter, das macht auf jeden Fall Sinn. Spielt nur eure Main-Champs, rotiert nicht so viel rum, rotiert nicht so viel in den Rollen rum. Solltet ihr drei Games hintereinander verlieren. Ja, bei den Placement-Matches ist jeder so komplett, oh, ich muss die gewinnen, ich muss die gewinnen, ich muss die gewinnen. Wenn ihr am Tilten seid, dann ist die Chance, dass ihr alle Spiele verliert oder noch mehr Spiele verliert, mega, mega hoch. Das heißt, macht zwischendurch eine Pause, wenn ihr drei, vier Games verloren habt oder so. Außerdem ist es ja echt nicht so schlimm wie damals, weil man kann ja immerhin nicht nach unten gleiten. Ja, wenn du damals alle verloren hast, dann bist du direkt irgendwo in Silber oder in Eisen gewesen, in Bronze 5. Ja, so war die Katastrophe. Jetzt kannst du ja, wenn du einmal in Bronze 1 bist oder in Silber 1, dann bleibst du ja wenigstens da. Wichtig bei den Placements hier ist auch noch, dass wenn ihr am Anfang, also wenn ihr einen neuen Account anfangt, so herum, der wird ja immer in Eisen gerankt, ja. Da ist es also im Prinzip völlig egal, neuere Accounts werden immer in Eisen gerankt. Da kann natürlich sein, ob du dann in Silber 4 noch, oder ich sag immer Silber, Alter, Eisen und Silber, ist halt dieselbe Farbe. Es ist beides grau, so, so ungefähr, oder? Silber ist doch grau, ne? Also ich bin mir übel unsicher, ob ich heute schon spielen möchte, weil natürlich heute die ganzen Schwitzer spielen, die ganzen Ultra-Try-Harder. Das kann natürlich auch geil sein, weil die auch im eigenen Team sein können. Es kann aber auch ziemlich scheiße sein, weil sie im gegnerischen Team sein können. Ich bin mir da absolut unsicher. Ihr könnt mir ja übel gerne jetzt mal drunter kommentarisieren, ob ihr jetzt in dieser Season auch schon, also ob ihr jetzt direkt am Anfang auch schon eure Placement-Matches spielen wollt, oder eben nicht. Na, ich bin mir da, wie gesagt, sehr, sehr unsicher. Vielleicht schwie ich erst mal meine Smurfs rein, aber ich weiß ja auch noch nicht genau, was ich spielen möchte mit den ganzen Nerfs, die jetzt dazu gekommen sind. Aber, ja, wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg, wie ihr es auch macht, ne? Ich drücke euch die Daumen. Viel Erfolg und wie gesagt, kommentarisiert das drunter. Wir sehen uns dann morgen, 15 Uhr. Ich hab euch lieb. Auf Wiedersehen. Tschüss, Sikowski. Tschüss.